ja jetzt kommt gerade vorschlag ist hat man ja ich habe ihn ich wollte ihn diesen spezialen ruf aber er hat nicht gilt er hat mich gegriffen damals hintereinander nicht dreckiger wichser mein freund ich werde jetzt eine maske vom gesicht reißen und so aus seinem gesicht haben ist auch eine sehr größte also aus einem film da ist er cool was der film na gut okay ja was jetzt absolut die größte hasse von mir also von den von den kämpft bevor die richtig schlimm hast werden dazu kommt also feiler und ja ja er hat mit seinen punkten vielleicht auch nicht gerade toll und trifft er mich mit seiner scheiße hier bei dem ding musst du in meinen bewegung bleiben wenn er gut ist musst du nicht versorgen so gut ah na gut ins gesicht ins gesicht ja krass exakt der dingste das das SPECIAL MOVE geht nicht mehr das SPECIAL MOVE geht nicht mehr das SPECIAL MOVE geht nicht mehr daumen daumen verbraucht keine ahnung was ich hab mich doch geduckt mein daumen ist schon blutig und das tropft auf meine hose aber ich versuche es noch einmal also nicht jetzt das hat nichts gebracht ich dachte gerade würde sein sein anzug in das normale rot werden das ist halt na was was Ah Oh Fuck Nein Der Controller Ich muss dazu sagen, dass ich ungefähr aussehe wie Ken vom Körper her Und der Controller macht mir schon Das macht sich aber schlechter als du willst Naja, also es gibt es ja zu Ja Na 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 übrigens kann ich genauso hochspielen wie sagat das mal schwein schweiner reich träge ich habe ja dreckiger na hättest du deinen geilen kleinen arsch hin her wie groß ich bin da muss mein penis auch schon relativ groß in naja also zur relation meiner körpergröße muss man hier ist schon gar nicht so klein sein wenn ich sagat bin du dreckiger Ja, die Oden ist klar. Ja, die Oden ist klar. Was vom Trips? Er mich nicht. Der wie nicht? Aaaaah! Nein! Nein! Die Oden ist klar. Na, da werden wohl die meisten der Zuschauer noch dabei sein. Die Testplatte hat immer funktioniert, ja. Ich nehme... Was hatte ich noch nicht? In sowieso hatte ich mal. Oh, mit dem weißen verschwitzten T-Shirt will das wir schaffen. Spitzwache! Ne, doch nicht. Oh. 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 steuern er hat ja dreckig ich bin ich einmal hoch ab dem 1 weil sie haben wir dann haben 1992 in der dbf gefeuert haben wusste er was er als nächstes tun wollte der matador ach so hat aber kein spieß du dreckiger kleiner ja hätte ich gekonnt anscheinend wollte ich nicht ich nehme mal das weiße t-shirt ich drücke gerade seit mehreren sekunden start spain spain und du solltest dazu noch sagen dass du kein afroamerikaner ja ja gut relativ nebensächtig ja ich wollte sagen dass ich hier wega hasse jetzt habe ich mit dem kopfschuss kaputt ja das ist gut ja weil denkt man kein qualm blendet mich ja dadurch hast du ihn gesiegt man könnte sagen das wäre so gewesen ja ist klar zwei kreffen ne es gibt halt mal vier schaden nika ist schon ja nö ich hätte ihn töten müssen gesicht töte ihn jetzt töten töten ja gerne mutter weg hier steckt schau